Hallöchen ihr Lieben, ich hoffe euch geht's gut. Mir geht's gut, ich bin gesund und in meiner Quarantänezeit verbringe ich ganz viel Zeit in meinem Garten und tanze sehr viel auf meinem Ring. Genau, das ist so mein Ausgleich derzeit und ich dachte mir, ich tanze euch heute einfach mal was vor und habe mir dazu ein sehr tolles Lied ausgesucht, was mich an diese Spielzeit sehr erinnert. Also bezüglich Theaterphönix und ich denke, dass ihr euch auch dran erinnern werdet. Und ja, viel Spaß! Bienen! Ja, viel Spaß! Ja, viel Spaß! Ja, viel Spaß! Ja, viel Spaß! Bleibt's daheim, bleibt's gesund, dann können wir bald wieder für euch spielen, live im Theaterphönix. Gmbh! Buh! SPAN